Hallo, liebe Freunde von Alma News. In den letzten Tagen hat Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze für Schlagzeilen gesorgt, und zwar durch ihren Besuch in Nigeria. Warum? Nun, sie ist nicht nur dort, um die Beziehung zwischen Deutschland und dem westafrikanischen Staat zu stärken, sondern auch, um Fachkräfte für Deutschland zu rekrutieren. Bleibt dran! Breaking Alma News Während ihres Aufenthalts in Nigeria hat SPD-Ministerin Svenja Schulze das vierte Zentrum der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit eröffnet. Dieses Zentrum in Nyanja, einem Vorort von Abuja, soll Menschen dabei helfen, die Einreise nach Deutschland zu erleichtern und einen Job zu finden. Warum ist das so wichtig? Schulze betont, dass sie Migration für alle Beteiligten erfolgreich gestalten möchte. Sie möchte nicht nur Fachkräfte nach Deutschland holen, sondern auch den Migranten aus Nigeria eine Perspektive bieten. Die Leiterin des Zentrums, Sandra Vermeuten, berichtet von großem Interesse seitens der nigerianischen Bevölkerung. Sie spricht sogar von einem Tsunami an Bewerbungen, der zu erwarten ist. Doch jetzt liegt der Fokus auf einem Schwerpunktwechsel. Statt nur über die Gefahren illegaler Migration aufzuklären, sollen diese Zentren nun legale Wege nach Deutschland aufzeigen. Ist das ein bedeutender Schritt in der Migrationspolitik und könnte es für beide Länder von Vorteil sein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.